Hey, liebe Menschen! Habt ihr auch das Gefühl, dass in letzter Zeit alles einfach nur schlimm ist, egal in welchem Bereich man guckt? Alles ist überall schrecklich und das ist keine Perspektive, aus der man gut Lösungen entwickeln kann, aus der man gut arbeiten oder kämpfen kann. Deshalb möchte ich gerne eine neue Videoreihe machen, in der ich versuche, etwas Perspektive in den ganzen Bums zu tragen. Denn seit ich mehr Geschichtsbücher lese als Nachrichten, muss ich sagen, geht es mir viel besser. Meine psychische Gesundheit ist besser und deshalb versuche ich ein paar radikal optimistische Thesen in den Raum zu werfen, als kleinen Ausgleich. Und heute möchte ich anfangen mit Filterblasen. Ich meine, ich muss es euch nicht erzählen, diese gängige Theorie, dass Menschen sich immer mehr vernetzen mit Menschen, die ähnlich denken wie sie, in Filterblasen verschwinden, sich dort radikalisieren und überhaupt nichts mehr voneinander wahrnehmen. Dass unser Diskurs in der Öffentlichkeit fragmentiert ist in einem Maß, das keine Demokratie mehr zulässt. Und ich bin die allerletzte, die herunterspielen wird, dass wir ein fettes, fettes Problem mit dem öffentlichen Diskurs haben oder die die Gefahr des Faschismus herunterspielen wird, der international wirklich gut vernetzt ist und Menschen in seine Fänge zieht und radikalisiert. Und wir haben Fake News und wir haben ein aktives Problem, besonders für marginalisierte Menschen, die als erstes darunter leiden werden. Aber ich habe eine radikal optimistische These dazu. Und zwar war ich neulich auf einer Veranstaltung beim Humboldt-Forum. Da war ich mit Marcel Hopp und mit Gilda Zahebi und mit dem Soziologen Nils Kunker. Und was ich wahnsinnig spannend fand, war, Gilda hat ein bisschen aus ihrem Buch Wie wir uns Rassismus beibringen gelesen und hat im Wesentlichen herausgearbeitet, dass man diese rassistischen Denkmuster, in die viele von uns verfallen, die wir lernen, die wir gesellschaftlich erzählen, man kann nicht sie bei Leuten wegpredigen. Man kann also nicht hingehen und sagen, hey, du bist rassistisch, das sind die Denkfehler, die du machst, das sind die falschen Statistiken, die du hast und die andere Person sagt, oh, ich bin geheilt, ich habe keinen Rassismus mehr in mir. Sondern es ist ein Prozess, den der Mensch vor allem selbst machen muss. Und das bedarf der Selbsterkenntnis. Und die ist schwierig und die ist ganz besonders schwierig bei Menschen, die sich eher der linken Blase zuordnen, weil die sagen, naja, aber ich bin ja links, ich kann ja keinen Rassismus haben. Je weniger wir bereit sind, überhaupt anzunehmen, dass wir eine schlechte Eigenschaft haben könnten, desto schlechter können wir uns mit ihr auseinandersetzen. Das macht uns im Kern unehrlich und auch unglücklich, weil ganz viele unserer Ressourcen damit beschäftigt sind, unser Selbstbild aufrecht zu erhalten. Ich bin ein guter Mensch. Und ich kenne das aus der Therapie. Wenn ich irgendetwas verbessern will, erstens, es muss von mir ausgehen. Es funktioniert wirklich nur selten, wenn man von außen kommt und sagt, sei weniger egoistisch oder sei weniger toxisch oder stehe besser für dich selbst ein. Man muss es erkennen. Es braucht dieses Problembewusstsein. Und das Zweite ist, es ist ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess. Das heißt, was man von außen machen kann, ist Betroffene schützen, ist rassistische Leute nicht an die Macht lassen, ist Gesetze nicht rassistisch machen, was wir aber nicht können, ist die Einstellungen und Gedankenmuster von Menschen, gegen deren Willen von außen zu verändern. Und dieser schmerzhafte Selbstentwicklungsprozess ist etwas, das mich schon immer fasziniert hat, als jemand, der selbst Psychologin ist und vier Psychotherapien gemacht hat. Es tut immer so, so weh, sich mit sich auseinanderzusetzen. Und es ist immer so, so lohnend. Ich bin ein so wahnsinnig glücklicher Mensch geworden, weil ich meine Schattenseiten betrachtet habe. Und mir fiel im Laufe der Zeit auf, dass wir viele Strukturen institutionalisiert haben, die genau diese Funktion haben. Zum Beispiel bei Juden ist es Yom Kippur, eine Zeit im Jahr, in der wir uns ganz aktiv mit allem auseinandersetzen, was wir falsch gemacht haben, was wir gesündigt haben, gegen wen wir eine Schuld auf uns tragen. Und es ist eine Scheißzeit. Es ist keine gute Zeit. Aber man fühlt sich danach gut, weil man sich danach wieder in den Spiegel schauen kann, ohne Vorbehalte zu haben. Bei Katholiken hatte diese Funktion die Beichte. Es gibt ganz viele Untersuchungen darüber, wie man, wenn man einmal sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt hat, eine Art frisches Blatt beginnen kann und dann die Chance auch auf echte Veränderungen hat. Und das ist ein sehr, sehr cooler Mechanismus. Und nach Gilda Sahibi hat Nils Kunker gesprochen. Und er hat im Prinzip mit dieser Erzählung gebrochen, dass Filterblasen heute schlimmer seien als früher. Und ich meine, das ist eigentlich offensichtlich. Niemand bildet sich ein, dass früher in der guten alten Zeit der migrantische Diskurs und der akademische Diskurs auf der Agora gemeinsam Tee getrunken und debattiert hätten. Nein, es gab Filterblasen schon immer. Sie hingen massiv ab von deinem Beruf, deinem Einkommen, deiner Hautfarbe, deinen religiösen Hintergrund. Es ist vielmehr so, sagt Nils, dass wir Filterblasen jetzt mehr wahrnehmen, weil wir sie jetzt sehen können. Weil wir im Gegenteil noch nie einen so einigenden Diskurs haben wie auf Social Media, wo diese Filterblasen einander plötzlich begegnen und einander sehen. Und plötzlich erzählen Tumblr-Mädchen irgendwie alten Männern irgendwas von Sexismus. Und die sind so, wovon redest du? Und das ist eine wahnsinnig spannende Beobachtung. Nils hat im Prinzip gesagt, schaut mal, es ist ja nicht so, dass Nazis 1945 aufgehört hätten zu existieren. Die überzeugten Wähler der NSDAP saßen nach 1945 weiter an Stammtischen und haben Nazi-Dinge besprochen an diesen Stammtischen. Sie haben dann brav CDU gewählt oder je nachdem, wo sie gewohnt haben, SPD. Aber sie haben nie aufgehört, Nazi-Dinge zu besprechen. Wir haben es nur nicht gehört. Und was damals einfach war, sie konnten sich damit nicht raustrauen und sie haben sich nicht politisch organisiert. Und das war wichtig. Ich möchte nicht herunterspielen den Effekt dessen, dass man sich jetzt damit politisch organisieren kann und dass man öffentlich reden kann. Denn das öffentliche Reden darüber radikalisiert mehr Menschen und nicht zuletzt laufen wir Gefahr, dass diese Menschen an politische Macht kommen oder dass von sehr, sehr blöden anderen Parteien ihre politischen Punkte übernommen werden, damit sie keine Bedrohung mehr seien, was nicht funktionieren wird. Aber das ist eine echte Gefahr. Aber jetzt kommt meine radikal optimistische These. Was ist, wenn das gar nicht so schlecht ist, dass wir diese Filterblasen jetzt sehen? Denn wenn für einen individuellen Menschen, damit er sich verbessern kann, eine Auseinandersetzung mit den eigenen Schatten notwendig ist, ist dann nicht für eine Gesellschaft, um sich zu verbessern, auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Schatten wichtig? Ist es nicht wichtig, was gesellschaftlich für Geschichten bei uns kursieren? Denn ganz ehrlich, es ist nicht neu, dass es in Deutschland sehr breiten Antisemitismus gibt. Es ist nicht neu, dass es in Deutschland sehr breiten Rassismus gibt. Was neu ist, ist die Auseinandersetzung damit. Und ist es dann nicht vielleicht gut, dass wir jetzt durch eine Scheißzeit gehen, weil jede Therapie mit einer Scheißzeit beginnt. Jede. Aber über die Geschichte hinweg sind wir als Gesellschaft offener geworden, toleranter geworden. Wir sind viel empathischer geworden mit Menschen. Wir sind viel liberaler geworden, unterm Strich. Ist das vielleicht ein Schritt auf dem Weg dorthin? Es wäre nicht das erste Mal und nicht das letzte Mal, dass etwas Schreckliches hochkocht und Menschen sich damit auseinandersetzen. Aber jetzt ist es sichtbar. Vielleicht ist es notwendig, dass gerade alles scheiße ist im Diskurs. Vielleicht ist es nicht so aussichtslos, dass wir kämpfen, dass wir Gegenrede leisten, dass wir herausarbeiten, wo hinter rassistische Denkmuster stecken. Weil wir uns mit den Schatten in unserer Gesellschaft und in uns selbst auseinandersetzen. Und vielleicht kommen wir am anderen Ende einiger wieder heraus, als wir vorher je waren. Ich wollte das unbedingt loswerden. Und obwohl ich natürlich als Psychologin und Mutter eine sehr große Autorität in diesen Dingen habe, interessiert mich in dem Fall wirklich eure Meinung. Ich möchte das in den Raum schmeißen und ich möchte wissen, was denkt ihr dazu? Nur bevor euer Zynismus und eure Wut auf alles, was um uns herum ist, euch dazu bewegt, es sofort zu zerreden, möchte ich euch ermuntern, vielleicht euch eine Sekunde zu nehmen und den Gedanken ernsthaft zu erwegen, dass es möglicherweise eine gute Entwicklung sein könnte. Und wenn sie das ist, was ist dann konkret, was wir tun müssen, um Menschen wirklich zu schützen und um zu verhindern, dass diese Öffentlichkeit dieser Dinge eine Radikalisierung vorantreibt. Und vielleicht bekommen wir auf der Ebene eine konstruktive Debatte und auch eine konstruktive Politik hin. So viel von mir. Ich freue mich wahnsinnig von euch zu hören. Danke sehr.